Indem wir dem Ding einfach in den Arsch drehen, pflanzen und ich soll mich vielleicht mal nachsehen. Kleiner Spinat, Großer Spinat, Bespinat der Säbe. Mehr Spinat! Oh, nein, nicht mein Zimmer. Der verrückte Drecksack, ich muss den Verstand verloren haben, einfach so den Müll zu verzapfen. Das ist total Bullshit, Mann, ich verstehe es einfach nicht. Das unausweichliche Ende, das kann nichts sein, das akzeptiere ich nicht. Nein, ich will gerade nicht reden. Okay. Nie wirklich Gedanken über das Ende meines eigenen Lebens gemacht. Fühlt sich so an, als wäre alles, was ich dachte, gewusst zu haben, zerstört worden. Wenn also alle sterben, ganz egal wie sehr wir leben, weil es gibt keine Kommen vor dem Tod. Dass sie alle einfach aufgeben, ey. Verdammte Teenager. Werden sterben, was soll das denn? Wir mögen uns alles das Beste, um ein Leben zu machen. Soll das einfach zu Ende sein? Das muss ein Witz sein. Ja, ich gehe Minijob machen. Frecherewebsite. Frecherewebsite. Seidig abgeschaltet, ich soll mich an anderen Seiten vertreiben. Achso Gerüchte über Evertodai Einen eingeben, Evertodai Schönes allerlei für den Verein wurde zu geben Das Thema ist Neue Geheiminfot zum Verkaufsarmann vor dem Bahnhof Tread on Nimm uns wann fixen die mal den Verkaufsarmann Lol Morgen ist das die Info Tränke sind immer noch zu haben Wenn man ist kaputt, die sind gar nicht ausverkauft Drück einfach drauf, dann nimm das Phybiotic Pack Einzuhaben Ausprobieren, ok Ich geh' auf mein Zimmer Ach, das bissl sterben da Ich hör' die Leute reden Manche Leute behaupten, vor dem Apatizyndrom braucht man keine Angst Ja, genau Ja, genau Ich hab' auch gehört, das machte einen wohl einfach total entspannt Glaubst du, das ist irgendeine neue Region? Ich mein' ich versteh' glaub' ich, was die meinen Ach komm, fährst du da drauf ernsthaft rein? Das ist ein einziger Betrug Man kann einfach jeden Tag mit dir was machen, was geht da? Hallo Ich geh' mir nachher woanders hin, leistest du mir Gesellschaft Ja, klar Ich sag' mal, ein gemeinsamer Freund von uns, dass ich mal abschalten soll Wenn mir das egal, aber diesmal könnte es mir gut tun, wollen wir ja dann Alter, wir waren auf dem Filmfest Alter, wir waren auf dem Filmfest Das ist dankbar zu dir Ich hab' nie gefühlt, dass ich hier alleine gekommen bin Ich bin sicher, dass die meisten Leute das nicht so großartig sind Ein Motorrad ist fast nicht zu dir? Ich meine nicht, das zu sagen Es ist nur, dass mein Zeitpunkt für die Räden ist limitiert Letztend find' ich mich drüben, um zu einem weit entfernten Destination zu fahren Fantasizieren kann in seiner eigenen Weise Spaß machen Zusammen? Nur die beiden von uns Kannst du einen auf deinem eigenen fahren? Oder planst du, nach mir zu klingeln? Was auch immer es ist, hast du dein Werk für dich geschnitten In jedem Fall, du hast meine Danke Ich fühle mich jetzt viel besser Nichts nur, du drückst ihre Wertschätzung aus, sonst hat sie sich vertieft Macht Spaß, sie hat eine andere Seite von dir zu sehen Ich muss mich fragen Als meine Eltern durch stressvolle Zeiten gingen, vielleicht hatten sie auch Momente wie diese Entschuldigung, ich weiß, dass das nicht der richtige Ort ist, um zu reden zu reden Aber, wenn es alles gut ist mit dir Warum bleiben wir hier ein bisschen länger, bevor wir zurückgehen Seid mit Psyro ging dann zurück zum Wohnheim Scheiße, es hat halt auch nur das dreiviertel fucking Spiel gedauert, bis wir da an die Stelle kommen Oh, hallo Ja, also was wäre, wenn gestern alles nur ein verrückter Traum gewesen ist? Na ja, nicht was Ach, stell dich doch nicht zur Ordnung Wird irgendwer heute Wenigstens der Kurban umgestreichelt werden Oder gebürstet Ist ja Information Ordner, gibt es etwas, worüber du sprechen möchtest? Was ist mit Eiges passiert? Zuerst wurde Eiges ins Labor gebracht Die Wissenschaftler kümmern sich um sie, aber bei ihrer Verletzung wird das etwas dauern Vorsicht, glaube ich nicht, dass wir in nächster Zeit zum Tatrost gehen werden Sortieren? Oh, aber Wolltest du mich etwas fragen? Der Anstieg an Persona-Nutzern Hm Existenz der Grund dafür, dass es mehr Persona-Nutzer gibt Die, 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 die Das alles zusammengebracht Oh, und auch die Schatten, die an verschiedenen Orten verstreut wurden Ich glaube, wir erst einmal verarbeiten müssen, das war alles so plötzlich Aber wir müssen mit Informationen klar machen, wie wir haben können Können wir sie zusammen durchgehen? Was zur Hölle ist jetzt los? Können wir dem Ende entgehen? Das ist... Er sagt, das wäre unmöglich Nix ist seine personifizierte Tore, dem können wir nicht entgehen Oder ihn besiegen Ach, das hat bloß noch niemals probiert So, ähm... Wäre nur ein böser Traum Hör mich ja neulich, als ich mir wünschte, alles wäre nur ein Traum gewesen Dämlich, Iriuchi Einfach so zu sagen, dass die Welt untergehen wird Was zur Hölle meint er überhaupt mit der Künder? Hm Wir müssen ruhig bleiben Wenn wir Panik schieben, treffen wir die falsche Entscheidung Wir sollten das erst alle fahren, den Infos ansehen Wäre es nix Oh, was ist das? Oh, blablabla Oh, blablabla Ah, da gibt's ne neue Fähigkeiten, was nämlich ein bisschen bürstet Wahrscheinlich glänzt das Langsam kann ich Koromara gut bürsten, er liebt das richtig Fake glänzt jetzt noch mehr Keine Ahnung, wo die sein könnten Keine Ahnung, wo die sein könnten Oh, hm Oh, hm Dann muss er sie wirklich gut geblieben haben Ich wollte sicher, dass es keine rohe Fähigkeiten gibt, die schlecht gehen könnte Ah, genau Warte, du bist noch im Mittwoch von ihm Ich lasse ihn dann Ich lasse ihn dann Ich lasse ihn dann Wauw 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 Hä? Ah, nicht schon wieder gelabert. Hör die Leute reden. Oh mein Gott, echt? Deswegen hat er gestern also gefehlt. Wer hätte gedacht, dass er sich mit nur einem Monat so gut einlebt. Echt ein mysteriöser Typ. Nass die Glocke hat geläutet. Der Schuss, die du für alle bist. Nichts Wichtiges. Du klingst zu wütend und zu gestellst das Antwort auf meine Nachrichten. Versuch jetzt mehr Smilies einzubauen. Funktioniert das? Ich will später in der Bibliothek vorbeischauen und es wirst du nicht mehr anschließen. Jetzt sind es zu viele Smilies. Ja! Jetzt in der Bibliothek? Ich hab das Gefühl, dass mir zuhören und ich und schon bald. Na komm. Ja blablabla. Es ist wirklich fleißig Ich geh nur wegen dir mit Sorry, dass ich dich auf diese persönlichen Versuche verlangen habe Oh, nein, es gibt keine 필요. Danke trotzdem. Die Literatur-Section hat mich etwas herausgefunden. Es gibt so viele Bücher über Romance, aber viel weniger auf dem Domestik-Liefe, die nach dem Leben kommt. Ich frage mich, ob das die größte Zeit der Menschen in einem Leben kommt, bevor der Böden zu sein. Jeder hat die Beziehung mit dem Verlangen, etwas zu verlieren? Die Wahrheit ist, die Gruppe ist in der Verlangenheit über den Behandlung. Und einige der älteren Mitglieder sind der Meinung, dass ein Student wie ich nicht auf die Aufgabe ist. Aber ich bin die Mutter der Hauptgruppe. Ich muss zeigen, dass ich den Weg kann. Selbst wenn ich es tun muss, um es zu tun zu machen. Eine Frau hat mich entschieden. Was? Ist das wirklich? Ist das wirklich? Das wurde vor lange Zeit entschieden. Es wird nur ein bisschen schneller, als es eigentlich geplant ist. Das ist alles. Das ist für die Beste. Meine Mutter und Vater haben den gleichen Weg. Ja. So? Nein. Ich werde nicht von meinem Tod gehen. Ich werde etwas dagegen tun. Ich werde etwas dagegen tun. Ja. 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 Ah, der hat es nochmal.. Okarihama, fucca ja auch, Mitsura ebenfalls Oha ihr Wundern mich nicht, dass die das so spät einschalten, damit du später dann das machen kannst. Keine Schule, Homeshopping. Alle Typen habe ich ja auch noch. Ich kann es tun überhaupt nicht, das ist so schwierig. Ich soll nicht davon ausgehen, dass du alle Fragen beantworten kannst. Ja komm, ich mache mit ihm was. Ich meine, er ist wahrscheinlich der einzige, mit dem ich am Wochenende was machen kann. Und mit dem die Karte dann noch weiter geht. Komm mal, ich muss mal schnell nach dem Ding schauen. Zurück. Wie heißt er? Ah, ja. Welche Level sind wir eigentlich? Drei? Zwei, Alter! Mein Topf. Ich glaube, ich habe Kultampf. Heute habe ich Bock auf Fleisch. Ich habe einen Kuchen. Okay, ich habe heute einen Kuchen. Und ich habe einen Kuchen zu meinem Kuchen. Das hat die Platz. Du hast hier viele Kuchen. Mann, ich kann nicht vergessen, die letzte Mal, ich hatte so ein Kuchen. Vielleicht sollte ich einen Kuchen auch für sie. Ich habe einen Kuchen auch für sie. Nein, ich habe meine Siblinge. Vier von ihnen, eigentlich. Ich schaue nach ihnen. Ich habe meine Siblinge. Unsere Apartment ist ziemlich klein, so... Wir sind wie Sardinen. Kuchen. Ha, ha. Du kannst das sagen. Du wirst nicht glauben, wie heiß es im Sommer wird. Ich habe das nie gesagt, aber... Mein Vater hat vor fünf Jahren sterben. Wir wurden gesagt, dass dieses Auto aus einem Schliff zerfällt. Ich habe keine Sympathie für nichts. Ich... Ich dachte nur, du solltest es wissen. Wow, es ist schon so weit? Die Hochschule wird bald rauslassen. Bis zum nächsten Mal. Oh, du bist es. Sorry, ich war in Gedanken verloren. Ich habe mich gefragt, was ich mit Shinjiwo sagen würde. Eines Tages wiedersehen sollte. Was würde er sagen? Na. Weil er würde einfach schweigen. Sicher die... äh... Stelle geben, ehe einer von uns überhaupt ein Wort sagen könnte. Er hat einen starken rechten Haken. Sicher Spuren hinterlassen würde. Okay. Einfach nicht beruhigen. Verdammt, was können wir tun? Ich... Ich... Luigi hat mich einfach aus dem Staub gemacht. Und nachdem wir diese Hauptbotschaft mit dem Ende der Welt bringen und wir uns für Silvester entscheiden müssen. Teufel, Mann, das ist nicht witzig. Ich kann ihn wieder bürsten. Ja, und hunken nach oben rum. Ein Bericht aus dem Labor. Sie denken, Eiges kann vollständig repariert werden. Sie wissen aber nicht, wie lange es dauern wird. Na, verstehe. Schwer beschädigt, bin also sehr leichter, dass sie überhaupt repariert werden kann. Oh, danke dir. Ähm... Das ist... Hey, so... Hm, richtig. Komm, fuck it. Also die letzten Tage kannst du dich halt wirklich komplett nur um deine Dinger kümmern, um Social Dinge. Morgen. Die Zeit war ziemlich irre was und keiner hat Lust zu reden. Halt den Kopf um. Ja... Ja, das ist wohl alles, was wir tun können. Wir müssen auch in der Schule noch unser Bestes geben. Das ist warum... Ist schon Dezember, ja, ist fast vorbei. Rundieren wir uns den letzten Monat des Jahres nicht durch. Faulheit, okay. Das Monat beginnen die Prüfungen. Ey, für so eine Althropie für... Lalalala. Komm, interessiert keiner... Äh... Hat so'n Schicht. Komm, niemand interessiert dich für den Schul-Scheiß, alter, los. Oh... Oh... Wolltest du schon gehen? Falls du sonst nichts vor hast, könntest du mich begleiten? Und dich uns schon bald merken... Ich bin sorry... Ich jedes Mal lese ich's vor. Gleich bestellen wir letztes Mal, oder etwas Neues probieren? Ich denke, ich habe einen Tast für faste Essen gekauft. Just den anderen Tag hatte ich die Urge, mein Motorrad zu fahren, um etwas zu kaufen. Ich bin ein bisschen. Hm. Es ist deine Falt, dass ich diese Temptation habe, jetzt. Ah. Erinnerst du, als ich dir gesagt habe, dass ich dich mit dir befestigt war? Ich würde es gerne, wenn du vergessen kannst, dass ich so gesagt habe. Wir beide sitzen unter dem gleichen Ruf. Es gibt keinen Sinn, in es zu stressen. Und auch... Ich muss nur meine Resolve aufzunehmen. Sag mal, ich habe nur... ...einen favoriten zu fragen. Könntest du mir weiterentwickeln, neue Pläne zu zeigen? Nur bis zur Ausbildung? Ich würde gerne mehr von diesem Welt, in dem ich so blind bin. Oder... ... ist das zu selbstverständlich ein Request? Jetzt. Macht mir gar nichts aus, war das alles, was du wolltest? Äh, macht mir nichts aus. Danke. Lass uns einige wundervolle Erinnerungen machen, mit welchem kleinen Zeit wir haben. Du hast mir so viele neue Dinge taught. Ich kann mit Sirius Entschlossenheit spüren, unsere Beziehung hat sicher tief. Nun dann. Der Tag ist immer noch jung. Du hast mir deine Zeit gegründet. Ich würde gerne, dass du das jetzt gut machen möchtest. Ja, ich bin mir jetzt Zeit zum Wohnheim zurück. Sie schmücken es immer mit einem leicht anderen Text, aber es ist immer derselbe Scheiße. Und ich lese jedes Mal vor. Oh, hallo. Ähm, lass nicht alle so die Köpfe hängen. Gute Idee. Oh, danke. Tut mir leid, ich schätze, ich bin gerade die Ad. Ja, dass alles am peinlichsten ist. Alter, ihr habt jeden Tag, was soll ich sonst erzählen? Was ist los mit euch? Ähm. Haben wir Entscheidungen nachgedacht, die wir treffen müssen? Ja. Ich auch. Das ist keine einfache Entscheidung. Was auch wir ihn umbringen. Hallo. Eine schwierige Entscheidung treffen. Hättest du dir vorgestellt, dass wir mal so eine Lage sein würden? Nicht in einer Million Jahren. Und ich auch nicht. Es wird passieren. Wir müssen uns entscheiden, was wir tun. Nein. Ähm. Meistens sehe ich das nicht so, aber ich bin froh, dass wir bald Prüfungen haben. Wenn ich lerne, muss ich zumindest nicht daran denken, was mit uns passieren wird. Entschuldigung, es wäre alles in Ordnung. Sie denken, alles ist normal. Das muss schön sein. So unglücklich zu sein, Unwissen hat das wohl ein Segen. Warte, ehrlich? Natürlich, ich habe endlich etwas über mich gelernt und ich soll gleich sterben? Das ist wohl das, was Shyturi meinte, als sie sagte, dass ihr Angst hätte. Entschuldigung, ich glaube, ich habe es endlich verstanden. Hey. Du stellst einen Zeitplan, damit du dein Ziel erreichst, aber ohne eine Zukunft kann ich keinen Trainingsplan erstellen. Mist, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht mal mehr abends jetzt irgendwas machen, weil keiner mehr was machen will. Die scheiß Langweile haben wir, weil ich keinen Bock, ey. Ich weiß nicht, ob jetzt einfach die Schule endet. Oh. Guten Morgen, Yuki-kun. Ähm, habt ihr euch entschieden, was ihr wisst schon, was angeht? Ich habe mich entschieden. Mhm. Verstehe. Du bist wirklich stark. Ich habe ehrlich gesagt wirklich Angst. Was wollen alle anderen denken? Selbst Amarakon sieht betrübt aus. Noch ein Film. Ich möchte nicht dein Versprechen von neulich aus ins Zimmer. Würdest du mir ja noch einen Gefallen tun? Würde ich gerne mal im Kino vorbeigehen. Du findest mich an der üblichen Stelle. Ich habe mich interessiert, in diesen Film zu sehen. Es war eine faszinierende Zuschauer. Ich wöge dir. Das ist, was das ganz oft ist. Du bist, ist nicht? Wenn die Charaktere anschauen, wo sie ihre, was erinnert. Das ist, was Interessant. Wenn die Charaktere Hauptfühle hinter sich alles zu gehen, zu gehen, , was mir echt mitfühlen hat. Ich bin sein, dass es wirklich ein Verhältnis hat. Und dann in der Schluss, sie in der Schedingung ist, kommen zu sein, sein, um eigentlichen Leben zu Hause. Ich dachte, ob er glücklich war damit, mit dieser Lösung. Sag mal, hast du nie gedacht, zu einem Ort wie so zu rennen? Irgendwo weit weg, wo niemand weiß, wer du bist? Ich verstehe. Also fühlst du manchmal auch so? Ich sage nicht, dass ich alles hinterlassen möchte. Es ist einfach so, dass... Every now and then, die Dinge, die wichtig sind die Dinge, die dich zurückführen. Der Zukunft der Unternehmen, der Kraft meiner Verantwortung... Sometimes, ich wünsche mir, dass ich nicht von der Kirijo-Familie-Name war. Ich weiß, ich verstehe, dass ich nicht mehr so denken. Hör auf mich, wenn du so schläfst. Wie schläfst du. Wie schläfst du. Gespräch mit dir ist für mich etwas von einem Outlet. Ich bin sicher, dass du von dem jetzt schon krank bist. Lass ruhig alles raus. Das ist... sehr nett von dir. Der Offer ist ziemlich komisch. Ich hoffe, dass du weißt, was du in die Richtung bekommst. Mitsu scheint mir zu vertrauen, bzw. hat sich vertieft. Die Tür-Familie-Name warst. Die Tür-Familie-Name warst. Wenn du mit dem Thema bist, Während wir auf dem Thema, ist etwas, was ich euch fragen möchte. Hypothetically, sagen wir, dass ich... dass ich... ... interessiert in jemanden. Ich wusste, dass ich nicht mit ihm sein könnte. Aber auch so, ich konnte nur die Erinnerung, was ist deine entscheidung oh scheiße es ist der penner wahrscheinlich der wieder zusammen sein soll ich bin auf dich all over so this is where you've been come on let's go what wait a minute i didn't make any plans with you for today what does it matter i managed to secure an opening in my schedule tonight i'm a very busy man you know as a simple student you're just going to have to work around it i can't i've already made plans do you know how long i spent looking for you don't tell me you have something more important to do than spend time with me why the long face you're supposed to be my fiance you know honestly i thought you understood our arrangement you're going to be my future wife you'll need to learn some obedience war why must you and your family always be so difficult well at least your father's not around anymore so that's something of a relief i imagine you feel the same alter how dare you say that das nimmst du zurück das nimmst du zurück who the hell are you this is none of your business get lost Komm schon, Mitsuru! Du kennst das, wie das funktioniert. Die Vorbereitung ist nicht ein Kind. Kein egal, wie smart du bist, du brauchst immer meine Wissen und Erfahrung. Und die Kirijo-Gruppe immer braucht die Cooperation von meiner Firma, nicht wahr? Ja. Gute Frau, Mitsuru. Ich wusste, du hörst auf die Wissen. Jetzt, gehen wir. Ich habe die Reservation für uns in einem luxuriges Restaurant gemacht. Okay. Ich wünsche, dass du das nicht gesehen hast. Danke für heute. Es war ziemlich Spaß. Äh, bist du sicher? Gib nicht nach. Es ist okay. Ich empfinde das Gefühl, doch. Komm schon, Mitsuru. Hurry up. Komm schon. By the way. You. Who do you think you are worming your way into her favor? You ought to know your place in society. A commoner like you isn't even fit to breathe the same air. Don't you understand? Don't you understand? You're just a nuisance. Huh. Unbelievable. There's a world of difference between you and us. Mitsuru, take care not to associate with his kind anymore. Enough. Mitsuru? I said that's enough. I won't let you insult him. What? Why are you getting so angry? Alter. This is someone I have a great deal of respect for. If you insult him, you insult me. M-Mitsuru? Hohohoho. Zeig's ihm. What are you saying? You would side with him over me? You said there was a world of difference between you and him. Well, you're right. You can't compare to him at all. He stands on his own two feet, challenging fate with his own strength of will. Seeing his outlook on life has inspired and influenced me countless times. I... I... I want to be with him. What? Now... And forever. You want to be with him? Now and forever? What are you trying to say? You're supposed to be my fiancé. Are you implying I'm beneath this nobody? Take that back this instant, Mitsuru! It's not too late to ask for forgiveness. Think about the future of your company. I will not apologize. I want to be with him. You're not the one supporting me in my time of need. The group will do just fine on its own. We don't need help from a weasel like you. What? As of today, we'll have nothing to do with each other. And if you dare to attempt some petty retaliation, then next time you'll have the full might of the group to contend with. Get out of here, you Philistine! I don't want to see your face ever again! Grandpa! Grandpa! Warte, was? Grandpa! I... ... ... ... sie jetzt weg? Was? Sie rennt wirklich weg? Äh, ich ging zurück zum Monheim. Alter, yes ey. Dem dämlichen Mixer hat es es gegeben und er seine Erfahrung und Scheißerfahrung hat er. Es ist scheinbar bloß der Einfluss von seinem Opa. Hä? Wie mich keiner begrüßt? Wie keiner Mangas liest? Du bist jetzt schon... Ach so, der huckt da. Wenigst lässt dich der Koromaro nicht verarschen. Arschstark. Ah! Es ist du. Was eine Verwärtssache. Ich, äh, habe ich aus Sojasauß geschossen, also... Oh, ähm, ist das ein Hund, ähm... Er hat nicht gefeiert, hat er? Ich bin eigentlich ein bisschen Angst vor von einem Hund. Ich wurde von einem, als ich klein war. Es hat mich nur übergebracht, aber seitdem... Alter, was sind da links los, die ganzen Dosen, oder? Ah! Oh, äh, ich bin sorry. Ich, äh, ich bin trotzdem ein bisschen Angst. Aber vielleicht ich bin okay mit diesem. Ähm, ähm, ich bin sorry, dass du so viel Zeit abholst. Ich dann sehen wir uns in der Schule. Und ich ging zum Wohnheim zurück. Alter, jetzt mal ernsthaft, weil ich ja schon weiß... Weil ich ja die Antworten nachschaue. Ich weiß ja schon, was als nächstes so kommt. Aber wie kannst du nach so einer Ansprache dann guten Gewissens in eine platonische Beziehung eingehen, also eine Freundschaft? Wenn wir bald dem Tod ins Auge gehen, gehen wir zur Schule. Es wäre nichts. Hast du dich entschieden? Nein. Habe ich nicht. Aber ich will das auch nicht vermeiden. Ich will daran glauben, dass wir eine Antwort finden. Scheiß auf die Schule, Alter. Egal, wer kommt. Geh, geh irgendwo in die Ecke sterben, Alter. All right, all right. Ey, du kannst mich. Fuck you, verpiss dich einfach. Äh, ist das richtige Kido. Komm, scheiß auf das, was die erzählen. Wenn ich dir neulich Ärger bereit habe, das liegt mir ja ganz schön auf dem Herzen. Könnten wir uns treffen, ich möchte mit dir reden. Was das ist, was das ist, was du auch für jedes Kommen getrennt hast. Ah... Jetzt wirst du lustig... Äh Yuki? Sorry... Ich muss mit dir reden. Du kannst dich sicher denken worum es geht. Du sagst was mir so durch den Kopf geht. Ah... Zeit reden, wenn du jetzt keine Zeit hast. Also ob ob ich jetzt auch nein sagen könnte. Also gut, dann aufs Dach gehen. Ist das immer das Dach, irgendwie? Okay. Ich glaube nicht, dass jemand hier noch ein paar Zeit kommen wird. Ich habe meine Position auf dem Studenten-Konsel, um es zu passieren. Und das ist, ähm, das erste Mal, dass ich meine Autorität für persönliche Gründe benutzt habe. Warte, das ist jetzt nicht wichtig. Was mache ich? Was ich versuchen, zu sagen, ist, dass wir sprechen müssen. Erstens muss ich entschuldigen. Ich bin entschuldigt, was letzte Mal passiert. Ich bin entschuldigt. Ich habe dir meine Gefühle zu sagen. Ich dachte einfach nicht, dass ich sie im Publikum schreie. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt, dass ich es in mir auch hatte. Ich bin entschuldigt, dass ich mich nicht überrascht habe. Jetzt, dass es zu diesem ist, bin ich verpflichtet, dass ich Ihnen genau wie ich fühle. Hier geht's. Ich bin entschuldigt. Ich... 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 ... liebe dich. Ich... Ich fühle mich, dass ich aus Erschuldigung sterben werde. Tut mir leid, aber... Wie kann man das auswählen? Kann man hier eigentlich... Ne, das kann man nicht drücken. Alter, jetzt auf guten Gewissens zu sagen, so, ey, passt schon. Tschüss. Oh, Alter. Ich würde mir so müß... Ich könnte es niemals auf Maximum spielen. Das ist jetzt Rang 8 auf 9. Ja, wobei, du musstest ja glaube ich... Also, du kannst es schon normal machen. Ja, aber macht sie das dann trotzdem? Egal. Ich liebe dich auch. Du... ... liebst mich auch? Ich... Ich bin so glücklich, dass du das hörst. Oder... ... sollte ich sagen... ... ich bin... ... dankbar? Mein Herz... Ah... At this rate, it's going to end up like last time. It really is wonderful, though. To know that the feeling is mutual. I'm glad I managed to open my heart. As of today, you're more than just a friend to me. That said, given my situation... ...I can't go public about this just yet. ... a secret to me, but... ... amongst the people... ... a secret to me. Ja, das ist genau das, was ich meine. Du bist auf einem ersten Namen mit mir, während ich mit Formalitäten stehe. Es ist ein bisschen unvergültig. Okay, ich habe entschieden. Aber von jetzt, wenn es nur die beiden von uns ist, ich werde dich mit deinem ersten Namen nennen. Es wird ein bisschen schwierig für mich, aber ich glaube, dass das ist, was ich will. Ja, das ist, was ich will. Ich will das anfangen. Nicht nur noch weg. Hey. Ja. nicht über sein leben hält ganz gerne gefahr ins auge blickt dass es sehr schnell vorbei sein kann ja gerettet hast dachte ich hätte die schwere des lebens verstanden ist viel schwerer als ich dachte ich habe noch aus aufgaben er kann mich nicht dazu durchregen jedoch bei prüfung dann können wir doch zusammen lernen klar prima also dann geben wir unser bestes ich habe einen schweren fokussing wenn i tried doing my homework alone thank you for agreeing to study with me koromaru says he'll study with this too right boy and must be tough for you guys having to think about tests at a time like this das motiviert mich erst recht huh you're actually enjoying this even in the face of grave danger you never give up you fight back with all your might like a hero that's so still the only thing we can do is carry on and complete our schoolwork as always what's the matter koromaru huh he's got something in his mouth mad bull did you bring this here for us what thanks koromaru i guess he's trying to cheer us up i shouldn't make him worry so much okay time to study if i have any questions can i ask you for help and done that's it for my homework oh you're still studying aren't you is it okay if i stay here for a little while well i'll be sure not to bother you koromaru and i will be cheering you on good luck koromaru is with us the whole wait what where did he go warum kam da doch was warum bist du zerdig cool okay Du wirst, um uns zu beendet? Ich glaube, es ist unsere Zeit, um mit ihm zu spüren. Danke, dass du mit mir studierst. Wenn du mit ihm okay bist, würde ich das wieder einmal machen. Hallo, die... Ich kenne mich um eine recentere Veränderung in Tartarus. Es scheint, dass ein Weg, der weggeflogen wurde, jetzt örtet ist. Ich dachte, es wäre dann... Hallo. Also mir geht es genauso wie Ihnen. Aber es geht nicht weiter. Wir sollten uns heute Abend alle mal zusammensetzen. Ja, aber... Überspringen den Tag nicht. Ich will dich auch zu Stufe 10 bringen. Sehr gut. Wenn ich mein Gefühl einen Ausdruck verleihen soll, alles was ich weiß, ist, dass du für sie erantwortlich bist. Würdest du dich mit mir treffen, wenn du Zeit hast? Klar. Oh, Yuki, sei es in Ordnung, falls da können wir vielleicht... Ich bin zu und nicht entspannen. Ich lese es jedes Mal. Okay. Wo gehen wir hin? Wie wäre es... Wie wäre es... Mit meinem Zimmer? Wupp! Dir etwas geben. Was? Das ist immer nur voll das Prinzessinnenzimmer. Ähm... Ich weiß, was du sagen willst. Unsere Maidstaff hat mit den Veränderungen unterstützt. Ich erinnere mich, dass es ein bisschen... beyond standard für eine Dorm Room ist. Es ist fast wie ein zweites Lounge, nicht wahr? Ja. Du weißt, dass du das immer mit mir schaffst. Oh! Ich habe es fast vergessen. Hier. Ich will, dass du das haben willst. Motördatschlüssel. Wer? Das ist der Schlüssel für mein Motorrad. Ich werde nicht mehr von meinem Zukunft laufen. Im Gegenteil, dass es nicht mehr braucht. Ich muss nicht mehr von meinem Motorrad. Ich muss nicht mehr von meinem Motorrad. auf dem Motorrad. Obwohl, ich schwebe, dass ich es nicht mehr so oft fahren werde. Ich würde lieber auf dem Motorrad fahren. Natürlich, du musst auf der dritten Seite sitzen, bis du deinen Motorrad erhalten. Wenn das jetzt nicht überlebt, ich will dir, wie dir selbst fahren. Ich werde es ansprechen. Ich freue mich auf das. Ja, das ist doch so. Wenn das was du möchtest, glaube ich. Aber ich würde gerne sein, dass du dich jetzt und dann bist. Es ist ein bisschen verweigend, dich zu nennen. Aber wenn wir alleine sind, niemand kann mich hören. Du Name ist mehr als nur ein Name für mich. Es ist etwas Besonderes. Wenn ich in Gefahr wäre, wäre es mein letzter, wundervoller Geholz für Hilfe. Genau, also... Ich... Ich will heute mit dir sein. Willst du mit mir bleiben? Ich bin du. Du bist ich. Die bonde du hast nurtured hat endlich matured. Die innermoste Macht der Empress Arcana hat sich frei. Wir nun bestellen auf dich... ...die ultimative Form der Empress within dich selbst. ...dass du dir jetzt auf maximale Stufe kannst du jetzt Alilaat... ...die uralte Göttin forsönen. Das ist wirklich verbringend. ...dass du nur einen besonderen Abend verbrach... ...schön, schön! ...schön! 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 Ich weiß nicht. Ich meine, es ist ja nicht möglich, es kann nicht zu schiefen. Wie ist es dir? Was sind deine Gedanken darauf? ...schön! 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 ...schön? ...schön! ...sie? ... ...schön! Was ist denn mit dir passiert? Du denkst das ist ein Schöne? Junpei, ich... Das ist die Todes, wir sprechen hier. Natürlich bin ich schade! Und hier sind alle, wie es ein Pichern ist. Du kannst du sehen? Wir werden alle sterben! Dann, was du denkst, wir sollten ihn machen? Du willst ihn töten? Es gibt nichts, was ich tun kann. Er ist der einzige, der ihn töten kann. Hey! Das ganze Ding ist deine Schuld. Whoa. Du hast das Ding in dir, und du hast es auch nicht gewusst. Du hast es, verdammt! Wenn es nicht für dich wäre, würde das nichts passieren. Junpei! Du solltest du speziell sein, richtig? Dann mach etwas über das! Es ist meine Schuld, ich kann nichts tun. Ich laufe nicht davon. Stopp it, Junpei. Es ist nicht seine Schuld. Und die einzige, warum wir sogar eine Wahl haben, ist, weil er es hat. Goddammit, ich weiß! Es ist einfach... Es ist nicht wichtig, wie viele Male Male sagen. Ich sage mir, ich weiß, dass das nichts verabschiedet ist. Es schützt mich aus! Ich weiß, wie du fühlst, Junpei-kun. Wir sind alle Angst. Ich bin Angst, auch. Ich bin Angst. Ich bin auch. Ich habe nie so gefeiert, in meinem Leben. Ich kann nicht stoppen, Schick. Ja, stattdessen hast du mich angebrüllt, Penner. Nichts von uns können dich jetzt schüttern, Junpei. Also keine Angst, oder? Ja, das ist gut. Entschuldigung. Ich wusste die Wahrheit, Deep Town, aber trotzdem... Entschuldigung, dass du ein dick bist. Alles klar. Lass uns eine Pause auf irgendwelche unnötigen Veranstaltungen für heute. Ryoji sagte, er wird wieder zurück auf Neugierstag. Lass uns nur versuchen, unsere Leben bis dahin zu gehen. Wir haben ein wenig Zeit. Also beantworten wir unsere Optionen, während wir trotzdem können. Mehr Tartros und auf die Kacke hauen, Alter. Okay, an der Stelle höre ich jetzt mal auf. Hauptziel. Echt, Alter. Es ist wieder kurz vor 70. Das letzte Mal war es kurz vor 50. Äh, 60. Fuck you. Spiel, fuck you. Und ich werde jetzt nicht noch 7 Minuten hier rumtun, oder will ich dir das vollgekriegen. Ah. Mit der Mitsuru war echt... Ich fand's cool. Kein Wunder, dass die... In der Beliebtheits-Skala schon mal gleich doppelt so hoch war wie alle anderen. Wir waren eigentlich noch mal Platz 2. Ich hab's vergessen. Ich glaub die Yukari. Ey. Ja doch, Yukari. Ich hab jetzt... Weil ich Yucatan wieder im Kopf hatte vom Junpei. Ähm. Ich weiß, man muss verstehen, dass er so ausflippt, aber fuck you Junpei, Alter. Weißt du? Erst... Erst... Oh, du nervst. Dann... Ja, ist ganz in Ordnung. Dann... Oh, du nervst schon doch irgendwie. Dann wieder so... Ja, ist doch ganz in Ordnung. Und das mit der Chidori und so. Oh, ey. Das kommt ein bisschen voran, Alter. Dann... Noch mehr. Das mit ihrem Tod. Und dann kommt so ne Scheiße, Alter. Fuck you. Ich hab dir ne scheiß Mütze ins Maul. Ähm. Aber ich muss es verstehen. Ich mein, außerdem sind es doch Teenager. Verdammte Scheiße. Äh. Achso, ja. Was ich heute mal... Siehst du? Jetzt weiß ich auch wieder, was ich heute mal sagen wollte. Ich würd... Ich würd... Persona... Also Persona ist ja grundsätzlich immer so Hauptschule. Oder eher Hochschule. Ne, Hochschule ist es nicht. Aber halt auf jeden Fall ist... Es ist dritte... Es ist zwei... Eins, zwei, drei... Äh... Oberschule. Oberschule ist es. Oberschule, glaub ich. Die drei Jahre. Oder drei Semester oder so. Ich würd... Es ist mir so mittendrin ist es mir mal gekommen. Ich... Es wär vielleicht auch ganz cool, wenn wir mal irgendwie ähm... Universität... Universität wären oder so. Ich mein, klar, das ändert's nur marginal. Aber so, weil das wär halt ein bisschen so... Erwachsener. Noch ein bisschen erwachsener, als es eh schon... Sein kann. Weil ich mein, hier kommt ja auch alles vor. Mit Selbstmord und Tod und keine Ahnung was nicht alles. Mal schauen, wie das Persona 6 wird. Weil im Plan... Äh... Am Machen sind sie scheinbar schon. Die haben nur noch nichts verraten, die Säcke. Aber jetzt kommt dann euer... Erstmal noch... Äh... War das nicht sogar im Mai oder Juni? Ne, ich glaube im Oktober. Egal, das Meta... Meta... Meta vor Fantasia oder so. Egal. Ich bedanke mich an der Stellwölf für's Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus. главessen. aidet. llo. W j